Vorhang auf für das Auswärtige, wo unter der Regie von Annalena Baerbock ein Spektakel Sondergleichen über die Bühne geht, der Visa-Skandal. Diese Aufführung, die das Publikum in Deutschland durch das Jahr 2024 führt, ist eine Mischung aus Polit-Thriller und Comedy, die selbst die hartgesottensten Theaterkritiker zum Schmunzeln bringt. Stellen Sie sich eine Szene vor, die so bizarr ist, dass sie direkt aus einem Monty-Python-Sketch stammen könnte. Der Protagonist, Mohammed Ali Gje, betritt die Bühne der Visa-Stelle in Islamabad, bewaffnet mit nichts als einem gefälschten Ausweis und Monopoly-Geld in der Tasche. Die Rechtsabteilung des Auswärtigen, die eher an die legendären Verwicklungen eines Kafka-Romans erinnert, legt sich mit der Visa-Stelle an. Das Ergebnis? Ein Schlagabtausch, der mehr Wendungen nimmt als eine Tanznummer aus Singin' in the Rain. Und dann der Clou. Trotz aller offensichtlichen Fälschungen soll der Mann nach Deutschland. Die Diplomaten in Islamabad können nur ungläubig den Kopf schütteln, als hätten sie die Einladung zu einer Vorstellung von Alice im Wunderland erhalten. Die interne E-Mail, die den Disput dokumentiert, könnte als Drehbuch für eine Episode von Weep durchgehen. Sie ist gespickt mit abenteuerlichen Geschichten über gefälschte Pässe, die so absurd sind, dass man sich fragt, ob man nicht versehentlich in eine Ausgabe von Spion gegen Spion geraten ist. Knut Abraham, ein CDU-Bundestagsabgeordneter, spielt seine Rolle in dieser Tragikomödie mit so viel Inbrunst, dass man fast erwarten würde, ihn mit einem Shakespeare-Kragen zu sehen, wie er das zerrüttete Vertrauen in das Auswärtige beklagt. Mohammed Ali Gies' Klage auf Familienzusammenführung ist das Sahnehäubchen dieses Dramas, eine Storyline, die so spannend ist, dass sie selbst die Game of Thrones-Autoren neidisch machen könnte. Sein angeblicher Bruder, der vor Gericht erscheint, könnte ebenso gut ein Gaststar aus Familienduell sein. Das Drama ist echt, die Tränen vielleicht auch? Die Staatsanwaltschaften spielen ein Spiel, das eher an eine Runde Dinner for One erinnert, sich die Akte wie eine heiße Kartoffel zuschiebend. Das juristische Hin und Her ist so verwirrend, dass man meinen könnte, es sei eine neue Sportart, die bei Ai den nächsten olympischen Spielen eingeführt wird.